Handhai wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie John Katz. Und da ist er auch schon, unser lieber John, der adoptierte Sohnemann von Tanja Katz. Und er hat selber mittlerweile vier Kinder. Und guck mal, du kannst hier mal jetzt ein bisschen aufräumen tatsächlich. So, einmal wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. Aber die Bibi, die ist auch hier in der Familie. Und genau, du könntest mal ein bisschen vielleicht auch tatsächlich deine, das hier weiter lernen. Warte mal, aufgeben, weg der Erleuchtung lernen. Ja, das macht da mal ein bisschen weiter heute. Ich guck mal die Kinder. Also Kasper macht gerade noch Hausaufgaben. Seine Freundin Hella ist hier. Die Beatrix, die soll jetzt erstmal ins Bettchen gehen. Die hat noch, wie viel? Zwei Tage. Dann wird sie auch schon zum Teenie. Ich bin gespannt. Sie mit ihren echt hübschen grünen Augen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie aussehen wird. Und, ähm, okay, der spielt. Der hat was gegessen, genau. Und er spielt jetzt, jetzt guck ich mal hier. Okay, er hat schon so das ein oder andere selber gemacht. Logik und Kreativität. Jetzt ist er gerade bei der Logik dran. Wunderbar, macht er schon alleine. Die Tanja, unser Alienbaby, wird am nächsten Tag, also am Freitag dann älter. Und so, dann halt mal und fragst sie mal, was sie will. Ähm. Und unser, unsere Katze, Max, hat, zieht Sterne. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das immer ist. Er ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Oh, er hat überhaupt noch gar keine Kommandos gelernt. Wir müssen uns mal um ihn kümmern, glaube ich. Okay, der will aber jetzt erstmal schlafen vielleicht. Habe ich, ja, da kann er zum Beispiel schlafen gehen. Was macht er? Schlafen, ah, in dem Bett hier, okay. Oh, dann kann Kaspar ja aber gleich nicht schlafen gehen. Der ist doch auch müde. Naja, jetzt gucken wir mal. Beatrix ist in ihrem Bettchen auf jeden Fall gelandet und schläft jetzt erstmal. So, John, ah, okay. So, super. Nach Tanja sehen. Oh, ich will spielen. Okay, warte. Moment. Jetzt bin ich wieder geklickert. Äh, mit Tanja spielen. Dann wird mir wieder vollgekotzt, oder wie? Ah, wir sind Freunde. Super. Die beiden haben übrigens immer noch drei Blitze. Er und seine Frau finde ich immer genial. Genau, ich muss auch mal mich mit den anderen Kindern mal ein bisschen mehr beschäftigen. Na gut. Das war ja so ein bisschen auch, ähm, wir hatten ja Beatrix adoptiert und dann wurde zuerst Tanja schwanger und dann wurde er entführt. Also von den Außerirdischen entführt und war schwanger. Und irgendwie haben wir uns deswegen gar nicht mehr so um die Beatrix gekümmert. Das war ein bisschen schade, aber gut. So, dann gucken wir nochmal nach ihr. Die Klamotten, die er so hier anhat, ich wünschte, die gäbe es noch in Zauber. Ich sollte mal meinen Zauberbruch sehen, um mehr darüber zu erfahren, okay? Äh, was hat sie gewollt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, Mensch. Mist. Na gut. So, das kannst du nochmal lehren auf jeden Fall. Und ich gucke mal nach Kai. Okay, Hygiene und so. Vielleicht können wir ihn tatsächlich baden. Kai baden. Ich sag mal das, Fähigkeiten prüfen. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihr eigentlich alles habe. Das ist neu. Freunde des Lichts. Oh, steht mir bei. Macht diesen Sim glücklich. Macht diesen Sim frei. Finde ich ja cool. Kesselobjekte. Ach so, das kann ich auch. Oh ja, Sternenstaubwandlampe. Und eine Deckenlampe. Ich weiß gar nicht. Deckenlampe fertigen. Max ist heute nicht bei der Arbeit erschienen. Das sehen die Chefs gar nicht und so weiter. Ja, ich weiß. So, ihr lasse ich das mal. Kaspar. Okay, ja. Genau, betrachte das mal. Oh, dann gehst du mal hier nochmal auf die Toilette. Dann betrachte das hier draußen nochmal. Dann gehst du mal hier rein. Gehst du duschen. Und das Dumme ist ja, dass unsere Katze gerade bei ihm schläft. Okay, guck mal. Beatrix schläft noch. Kai. Oh, Kai sollte mal dann auf die Toilette gebracht werden vielleicht. Genau, und du kannst dann selber mal hier. So, Bibi. Was habe ich denn noch? Warte mal, was habe ich denn eigentlich? Oh, wartet mal. Ja, ich gucke, muss gerade mal was schauen. So, ich habe zwei Drachenschuppen, mystischer Staub, Essenz des Lichts und Molchaugen. Da kann ich im Grunde auch mal das ein oder andere mehr machen. Genau, das wollte ich. So. Oh, was haben wir? Wir haben Wissen. Ruhmwürde eigentlich, oder mache ich Familie, weil wir ja Familie haben, ne? Ja, das mache ich Familie. So, hast du auch noch was? Oh, sehr gut. Er hat aber auch Familie. Mache ich die zwei, oder? Ja. Kasper? Oh ja, habe ich eins. Das mache ich hier. Und Beatrix? Ne, habe ich nichts weiter. Kai? Oh, die habe ich noch gar nicht vergeben. Sehr gut, dass ich reingucke. Deswegen, ja. Ist ja manchmal, dass dann so die Bedürfnisse schneller sinken. So, Kasper, ich muss mal gucken, wo du gerade bist. Ah, okay. Du gehst gerade hoch zum Duschen. Wie weit bist du? Weil Objekte fertigen. Objekte. Ne, viele Objekte. Warte mal, ich will Reagenzien da. Reagenzien herstellen. Äh, Molchaugen. Stehen. Himmelsstaublampe. Oh, hier ist übrigens kalt. Und, so, eine Deckenlampe. Die würde ich gerne in mein Zimmer machen. Ich habe in meinem Zimmer, oh, ups, Alarm. Ich habe in meinem Zimmer gar keine Hängelampe hier. Cool. Jetzt habe ich eine. Schön. Die sieht ganz gut aus, oder? Ich glaube, ich kenne sie zwar schon von, ähm, von ihrer Mutter, der Angela. Aber gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht macht es Sinn, wenn du danach mal kurz aufhörst. Dann gehst du erstmal hier das Betrachten. Dann gehen wir erstmal ins Bad. Duschen reicht. Dann betrachtest du die zwei Sachen. Und vielleicht tatsächlich ins Bett. Ich gucke mal gerade. Genau. Hör mal auf. Er ist hier oben. Oh, Kai. Warte. Ja, Kai sollte dann mal ins Bett gebracht werden. Wenn er dann fertig ist, machen wir das. Kai. Und das leeren. So. Kann ich jetzt hier... Äh, oh. Machen wir das hier. Warte mal. Reparieren. Nee, 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 nee. Hier, da läuft es nach unten raus. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob er das schon gut reparieren kann. Oh Gott, doch. Der hat ja schon fast voll. Oh. Ja. Dann kannst du das auch fischen. Und dann können wir mal hier so liebhaben. Leckerchen geben. Vielleicht wecken wir ihn dann damit auf. Und können dann mal selber ins Bett gehen. So. Du bist hier oben. Sehr gut. Dann bin ich mal am überlegen. Okay, warte mal. Musik und Tanz. Das würde ich ja gerne... Oh. Okay, dann müssen wir hier gerade mal aufräumen. Ups. Aufräumen. Aufräumen. Hoffentlich mache ich mal mit. Ach Gott. Was ist denn da passiert? Ah, das können wir reparieren. Irgendjemand wollte hier was machen. Die Bibi geht jetzt aber erst mal schlafen. So, Kasper. Hast du es geschafft? Ja, sieht ganz gut aus. Und? So, loben. Loben für ein Simbett. Und naja, ich schimpfe ihn mal aus, weil ich das eigentlich manchmal hier nicht so mag, weil ich mich halt nicht nebenhin legen kann. Wenn ich das könnte, wäre es cool. Aber so ist immer mein Bett belegt. Und das ist dann ein bisschen doof. Geh da raus in deine Dinger rein. So, Beatrix, müsst ihr doch ja ähnlich. Du müsst gleich fertig. Und dann gehe ich hier erst einmal hier reinschauen. Und die mache erst mal so ein bisschen betrachten. Und gehe dann mal was essen. So, warte. Dann gehe ich was essen. Und schau mal, wie der schläft. Okay, und sie schläft auch. Ne, die schläft nicht mehr. Warte mal. Okay, dann. Ah, so, warte mal. Wir können es noch schaffen, dass wir das hier erst mal aufräumen. Und dann die Windeln wechseln gehen. So. Gut, er schläft. Beatrix ist unterwegs zum Essen. Der Kai schläft. Die Bibi schläft. So, perfekt. Dann kann ich mir so ein bisschen vorspulen. Genau. Du nimmst dir was aus dem Kühlschrank. Und ich gucke nochmal hier hoch. Genau. Ich weiß nicht, ob ich hier schon wieder was zu essen geben soll, der Tanja. So, Moment. Ups. Ne. Ach. Ich will sie anklicken und nachher sehen. So, jetzt. Aber jetzt muss ich mal aufpassen. Ich neige immer dazu, dann irgendwas zu plaudern. Okay. Und dann passe ich immer nicht genug auf. So, dann möchte ich jetzt aber mal... Wo kann ich hin? Internetrecherche über Musik und Tanz. Blog scheint noch nicht zu gehen. Warum habe ich denn hier eigentlich zwei? Habe ich in dem Haus kein Hausmädchen? Ups. Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken, tatsächlich. So, Kasper ist wieder gesund. Muss ich tatsächlich mal gucken. So, warte mal. Bibi. Ruf doch mal bitte den Service für mich an. Ach du meine Güte. Ist schon wieder eine Stunde. Dann müssen die schon wieder in die Schule. Er schläft noch. Aber ihr geht's gut. Gut, die kann hier das ruhig machen. Oh, wir haben hier noch gar nicht so viel mit ihr gemacht. Jetzt muss ich doch tatsächlich... Warte mal. So, Moment. Äh. Ein Wagen. Butler, Garten. Gehorsam. Handwerker. Doch, ich müsste eigentlich jemanden haben, der kommt. Doch klar, es war doch irgend so ein Blonder irgendwo. Ähm. So, warte. Ich möchte. Bitte. Okay. Gut, sie macht jetzt gerade Logik. Und das macht zwar alleine. Deswegen lasse ich sie jetzt auch mal. So, sie hat auf jeden Fall frei. Ähm. Ist das nicht gerade belegt? Oder meine ich das nur? Betrachten, betrachten. Und du kannst so ein bisschen den Hula tanzen. So, Kaspar. Hätte vielleicht noch ein bisschen was essen können. Egal. Kai. Oh. Kai wacht auf. Ähm. Dann machen wir mal Flasche für Kai holen. Mache ich das mal weg. Achso. Das muss ich gar nicht lernen. So. Dann steh du mal auf. Und du gehst auch in die Schule. So. Und er wartet hier. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich fand das immer so ein bisschen interessant, wenn man hier so reinkommt. Ja, das ist so eine kleine Art Wohnzimmer. Und wenn man aber jetzt zumacht, man kann tatsächlich ja von draußen total hier reinschauen. Wenn man hier vorbeiläuft und da Licht ist und dann, ja, es ist fast wie ein Wintergarten irgendwie für mich. Das da. Wobei es sowieso sehr offen ist. Auch hier, ne. Das ist auch. Man kann hier auch sogar durchgucken, wenn man möchte im Grunde. Ja, es sieht ja, dass da zum Beispiel, dass da ein Computer steht. Das sieht man direkt und so. Also, naja, gut. Aber das Haus finde ich trotzdem interessant. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und gut goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir zu Familie Jensen. Tschüssi. Eure Saki Neidau. Ciao, ciao. Ciao.